Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 30. September 2024. Am Mikrofon Janik Güttinger und Can Schäppi. Salut, Can. Salut, Janik. Ja, unsere Chefredaktoren sind at an undisclosed location irgendwo in Osteuropa. Das junge Redaktore-Team vertreten Sie für heute. Morgen sind die Chefen zurück am Mikrofon. Aber wir haben auch ganz viele News, die wir heute kurz besprechen müssen. Und zwar haben wir eine neue Initiative, die heute lanciert wurde. Es geht um die EU. Und was geht es genau, Can? Ja, der Verein Kompass Europa hat eine eidgenössische Volksinitiative lanciert. Mit dem Titel für eine direktdemokratische und wettbewerbsfähige Schweiz. Keine EU-Passiv-Mitgliedschaft. Weil das nicht so einfach ausgesprochen ist, nennt man sie kurz einfach Kompass-Initiative. Und sie will eine institutionalisierte Anbindung an die EU verhindern. In dem völkerrechtlichen Vertrag, also zum Beispiel Vertrag, den wir mit der EU schliessen, wo eine Übernahme von wichtigen rechtssätzenden Bestimmungen beinhaltet, einem obligatorischen Referendum untersteht. Also kurz gesagt, eigentlich alles, was wir übernehmen und was für unsere Gesetze entscheidend ist, muss abgestimmt werden. Und zwar mit den Ständen. Genau. Sie wollen das im obligatorischen Referendum unterstellen. Und zwar jeder Vertrag, der in Zukunft irgendeine automatische Rechtsübernahme, eine dynamische Rechtsübernahme drin hat. Das heisst auch der EU-Vertrag, den man jetzt am Verhandeln ist, oder? Genau, in den Initiativen steht, dass Verträge, die jetzt gerade am Aushandeln sind, und das zählt natürlich auf den Rahmenvertrag oder Bilaterale 3, oder wie man ihn auch immer will nennen, es steht drin, dass der bei einer Annahme nur weiter besteht, wenn er unter dem obligatorischen Referendum abgestimmt worden ist und angenommen worden ist. Das heisst, das setzt jetzt eigentlich Bundesrat und Parlament ein bisschen unter Druck, dass wir halt schon jetzt, wenn wir über die Rahmenverträge abstimmen dürfen, sowohl das Volk und die Stände abstimmen dürfen, weil sonst, falls dann die Kompass-Institut ein paar Jahre später dann angenommen wird werden, würde es einfach nicht mehr gelten. Also es gibt ein bisschen Druck auf die Regierung, dass da schon beim ersten Mal, wo wir über Europa abstimmen, auch schon die Kantone es wirklich mitreden dürfen. Wie findest du das, Jan? Ich finde das grundsätzlich eine gute Idee, aber man hat natürlich wie immer bei einer Initiative die Gefahr, dass eine Annahme als eine Bestätigung vom Gegenteil ausgelegt wird. Also das heisst, wenn jetzt die Initiative abgelehnt werden würde, dass das dann als sozusagen Ja zur EU aufgefasst wird. Was auch noch ist, ist, dass wir natürlich im Moment sehr viele so Initiativen mit solchen Themen bzw. generell Abstimmungen von uns haben. Dazu gehört dann auch die Europa-Initiativen von Operation Libero, die ja kürzlich in den Verruf geraten ist, dank der Sanja Ameti. Und die will genau das Gegenteil, nämlich eigentlich eine engere Anbindung an die EU. Jemand, der auch genau das Gegenteil will, ist natürlich unser Lieblings-EU-Turbo, der Simon Michel, der hat sich natürlich auch schon geäussert. Und er sagt, er sei eigentlich tiefenentspannt, weil er ist sicher, dass die Verträge mit der EU bzw. mit Brüssel bis Ende Jahr ausgehandelt sind und die Initiative darum gar nicht schnell genug ist. Ja, unser Minister Bilaterale, ich bin auch ganz sicher, wer den Initiativtext auch genau gelesen hat von dieser Kompass-Initiative, weil sie ja eben, wie wir vorher ausgeführt haben, auch rückwirkend gilt sozusagen. Also selbst wenn die Kompass-Initiative erst, sagen wir mal, zwei, drei Jahre zur Abstimmung kommt, den Effekt auf die Rahmenverträge wird sie sowieso entfalten können. Und was du natürlich gesagt hast zu den Europa-Initiativen von der Frau Sanja Ameti, das ist natürlich spannend, weil sie eigentlich nicht in ihrem Initiativtext etwas über die institutionellen Elemente sagt, sondern sie macht das ganz allgemein. Oh, wir müssen jetzt die Verhandlungen aufnehmen und so weiter. Also zum Beispiel könnte es sein, dass das Volk die Rahmenverträge mit der EU ablehnt an der Urne. Dann kommt vielleicht als nächstes die Europa-Initiative von der Sanja Ameti an der Urne und die wird dann vielleicht angenommen. Das heisst, der Bundesrat muss dann, ist dann zwungen, neue Verhandlungen aufzunehmen. Und dann könnte es so sein, dass auch eine Kompass-Initiative angenommen wird und die verbietet dann dem Bundesrat, dass wir eine automatische Rechtsübernahme dürfen einbauen in die Verträge. Und es kann ganz anders rauskommen. Es kann ganz komische Kombinationen von drei verschiedenen Abstimmungen geben. Und ja, ich weiss nicht, wie siehst du das? Gibt das eine riesen Messung? Das werden wir sehen. Okay, jetzt muss die Kompass-Initiative jetzt erstmal noch die Hürden vom Unterschriften sammeln auf sich nehmen. Sie fangen morgen an, am 1. Oktober. Und sie müssen 100'000 Unterschriften in Stand bringen. Vielleicht müssen wir an diesem Punkt auch noch kurz sagen, wer überhaupt hinter dieser Initiative steht. Es ist ein relativ breites Initiativkomitee unter der Führung von den Gründern der Partners Group. Das sind Urs Wiettisbach, Alfred Gantner und Marcel Erni, alles ehemalige Goldman Sachs-Banker, also Leute aus der Finanzindustrie, aber auch andere Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Medien und Kultur, zum Beispiel Kurt Eschbacher, Bernhard Rossi, Hans-Wicke, FDP-Ständerat und auch unser Chefredaktor, Markus Somm. Ich glaube, wir können dem breit aufgestellten UK durchaus zutrauen, also die Initiativen zusammen bekommen. Wir sind ja grundsätzlich immer dafür, wenn man mich abstimmen kann. Also denke ich, je mehr Wahl das Volk hat, umso besser. Das ist ja unsere Stärke in unserem Land. Und darum, ja, ich denke, das Volk wird auch die richtigen Entscheidungen treffen von diesen drei verschiedenen, vielleicht sind es bald vier Abstimmungen, die es zu Europa gibt, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wir müssen zu der nächsten Story kommen, und zwar hat der Tagesanzeiger heute gross zum Gegenangriff, zu der Atomkraftblasen, also um genauer Zeit geht es um Greenpeace. Die haben da einen Brief geschrieben, um Albert Rösti, oder um was geht es da genau, Jan? Ja, Greenpeace hat beim Bund eine Aufsichtsbeschwerde eingereicht, und zwar gegen den Bericht Technology Monitoring of Nuclear Energy. Das ist eigentlich der Bericht oder einer von den Berichten, wo der Bundesrat und der Departement als Entscheidungsgrundlage dient, unter anderem auch für den Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative, der ja vor kurzem für relativ viel Lärm gesorgt hat, weil man das Technologieverbot unter Umständen aufheben will. Greenpeace fordert jetzt, dass der Bericht überarbeitet wird und von einem unabhängigen Gremium, was auch immer das dann genau heisst, geprüft wird, und zwar mit der Begründung, dass einerseits gewisse Fakten ausgeladen worden sind und dass eine politische Aussage drin hat, zum Beispiel zu der Beschleunigung des Bewilligungsverfahren, und das hängt nichts in so einem Bericht zu suchen. Die grösste Kritik, beziehungsweise die schwerste, wenn sie dann stimmt, ist, dass sie den Autoren des Berichts Parteilichkeit vorwerfen, also dass diese nicht neutral sind. Und zwar, weil zwei von den Autoren des Berichts wirtschaftliche Beziehungen zu der AXPO pflegen, das sind Tony Williams, das ist ein ehemaliger Mitarbeiter von der AXPO und Georg Schwarz, ehemaliger stellvertretender Direktor von der INSI, das ist die Atomaufsichtsbehörde, und der ist gemäss NZZ bei der AXPO in berateter Funktion tätig. Man wirft die Parteilichkeit aber auch zum Beispiel der Annalisa Manera vor, das ist eine Professorin für Nukleare Sicherheit an der ETH Zürich, und Andreas Pauz, der Leiter vom Zentrum für Nukleartechnologie am Paul-Scheller-Institut. Auch die hängen ein Eisein im Feuer, sozusagen, weil sie in diesem Bereich ja forschen. Also man hört jetzt schon mal die ganze Liste von hochqualifizierten Leuten, die in dieser Branche arbeiten, die arbeiten alle zusammen im Auftrag des Bundesrats und stellen einen umfassenden Bericht dar, wie es um die Atomkraft in der Schweiz geht, wie der Preis ist, wie die Rahmenbedingungen sind, all das stellt man zusammen mit hochkompetenten Leuten. Und jetzt kommt hier ein NGO, Greenpeace, ich würde es mal behaupten, die schafft nicht ein einziger Nuklearphysiker, und die dürfen jetzt einfach so ein Briefchen schreiben an den Bundesrat Rüsti. Ich glaube, es geht da um ein Aufsichtsbeschwerde. Ich habe das kurz googelt, was das ist, ein Aufsichtsbeschwerde. Und dann habe ich herausgefunden, dass man nicht mal erwarten kann, dass das erledigt wird. Das hat so kein Gewicht in unserem Prozess. Und der Tagesanzeiger haut das heute Morgen auf. Der oberste Spot von ihrer App, der oberste, der oberste Titel ist das. Hey, Atomkraft in der Kritik. Und da lehnt es sich einfach im Titel weg, dass all die Autoren die Vorwürfe einfach klar ablehnen. Aber die Story ist halt einfach, dass Greenpeace hier einen Brief geschrieben habe. Also ich finde, wenn die Autoren das so stark zurückweisen, dann gehört das auch in den Titel. Autoren weisen zurück oder irgendetwas, das muss doch gar nicht in den Titel. Weil sonst kann ja jeder einfach irgendeinen Brief schreiben. Entschuldigung, der Bericht ist falsch, der muss überarbeitet werden. Und egal, wie richtig der Bericht ist, ist das dann nachher schon wieder eine News-Headline. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Da habe ich mich gerade ein bisschen drauf aufregen. Ich weiss nicht, wie siehst du das? Ja, also ich finde es eigentlich mehr beeindruckend, weil Greenpeace oder generell so die links-greinen NGOs, man werkt einfach, wie unermüdlich und wie schnell die für ihre Anliegen einstehen und alles, was kommt, was ihnen nicht entspricht, direkt kritisieren. Da könnten eigentlich gewisse andere Verbände, zum Beispiel gewisse Wirtschaftsverbände, auch etwas davon lernen, dass sie da manchmal ein bisschen aggressiver ins Rennen gehen. Ja, und unser Bundesrat Rüsti, der macht das alles transparent. Sogar eine Woche voraus ist er schon rausgekommen, vor dem Atomentscheid, dass er kommt. Und da hat man gesehen, all die Parteien, SP Grüne, all die NGOs, die haben sich gerade in eine Linie aufgestellt, haben sich organisiert. Aber man sieht es, auch die Umfrage, die letzte rausgekommen ist, also eine Mehrheit der Schweizer befürwortet Atomkraft, befürwortet neue AKWs. Und ich denke, das zeigt einfach, dass der Kurs, den der Bundesrat jetzt eingeschlagen hat, dass der wahrscheinlich der Richtige wird sein, oder der Richtige ist, auch im Sinne vom Volk. Aber das Gute ist, auch da werden wir noch darüber abstimmen können. Da haben die Grünen schon das Referendum angekündigt. Darum sind wir auch zuversichtlich, dass das Volk grundsätzlich die richtigen Entscheidungen treffen wird. Wer Angst hat vor falschen Entscheidungen, wer Angst hat vor der ganzen Atomdebatte, gerade ihr Link, wenn ihr so Angst habt vor dem Supergau, für euch haben wir da noch ein Message, dass ihr auch gut schlafen könnt, auch wenn es vielleicht ein neues AKW gibt. Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch Kommen wir zum nächsten Thema. Auch ein Thema, das wir schon mehrmals besprochen haben. Es geht um die integrative Schule. Da habe ich jetzt eine neue Umfrage gegeben. Ich glaube, im Raum Basel. Was sind dort Einzelheiten, Jan? Genau, es hat eine Umfrage von 664 Lehrpersonen plus Bildungspolitiker und Eltern. Wie gesagt, das ist im Raum Basel gegeben. Und dann geht es eigentlich darum, ob die integrative Schule noch funktioniert. Und das Verdikt ist klar, nein. 70% von den Teilnehmern sagen, dass ein stark störender Schüler zu einer erheblich schlechteren Leistung von der ganzen Klasse führen kann. 90% fordern deswegen auch Anpassungen im Bereich der integrativen Schule. 85% befürworten, dass man Kleinklassen wieder macht. Das sind kleine Gruppen, wo Schüler mit einem höheren Betreuungsbedarf speziell geschultes Personal haben. Die Frage, die ich mir jetzt darstellen will, ist, das ist eigentlich ein Resultat vom Behindertengleichstellungskonzept. 2004 wollte man das einführen. Da hat man das eingeführt und darum die Schule so anpassen. Wieso kommt das erst jetzt? Es scheint ein bisschen in Mode zu sein, über die integrative Schule zu reden. Ich meine, das ist jetzt die FDP hat sich jetzt gerade kürzlich in diesen Sparten ein bisschen positioniert, dass die integrative Schule ihre Ziele nicht erreiche. Und jetzt hat das ein bisschen Fahrt aufgenommen mit dem Schulstart und jetzt auch mit der Befragung. Also ich finde das erstens mal super, dass man mit so einer Befragung direkt Betroffene mal die Meinung reinholt. Also ich meine, das ist das eine, wenn Bildungspolitiker in Bern und die anderen Parlamente hier und her diskutieren, was jetzt funktioniert und was nicht. Es ist etwas anderes, wenn da jetzt wirklich eine rechtliche Zahl von Lehrpersonen mal Auskunft gibt, was sie finden. Das Resultat ist ja verrückt. Ich meine, es sind Mehrheiten von 80, 70, 70, 80 Prozent. Also da würden wir bei politischen Umfragen nur träumen von 80 Prozent Zustimmung. Ich denke, das Verdikt ist klar. Was das jetzt genau heisst für Bildungspolitik, da bin ich mir nicht so sicher. Also die Bildungspolitik ist immer etwas, das kantonal geregelt ist. Auch das beiträchtete Gesetz, das du erwähnt hast, ich nehme an, das wird in vielen Kantonen auch unterschiedlich angewandt. Was meinst du? Muss man jetzt das Thema vielleicht sogar eidgenössisch angehen, oder ist es denn jetzt einfach das Kantonsparlament in erster Linie mal gefragt? Nein, ich bin eigentlich grundsätzlich dagegen, dass man so Sachen möglichst auf, also ich bin dafür, dass man es nicht auf Bundesebene klärt. Darum sehe ich da die kantonalen Bildungsdirektoren eigentlich in Verantwortung, dass sie handeln und dass sie da die Missstände, die bestehen, beheben. Die Frage ist einfach, ob sie das machen. Ich meine, zum Beispiel die Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner hat ja gerade letzte Woche noch in einem Interview gesagt, dass sie an der integrativen Schule eigentlich viel festhalten. Und darum weiss ich nicht, ob das jetzt in nächster Zeit mal etwas loskommt wird. Was wir natürlich auch nicht wissen, ist, ob das ein Basler Phänomen ist. Vielleicht geht es da jetzt einfach um ein paar Joggenleiden in der Klasse, die jetzt besonders auffällig sind. Aber nein, ich meine, die Anekdote entsprechend ist es natürlich auch in den anderen Kantonen ein Problem. Darum würde ich jetzt mal an erster Stelle zu mehr Umfragen aufrufen. Also ich denke, so eine Umfrage braucht es in jedem Kanton. Ich denke, das wäre sicher mal gut, zum Beispiel mal die Informationen vom Boden haben, also vom Boden der Realität haben oder von den Leuten, die täglich mit dem zu tun haben. Und ich glaube, auch wie du, also da sind jetzt einfach Bildungspolitiker in den kantonalen Parlaments gefragt, um das mal ein bisschen genauer angehen, wie können wir das besser umsetzen. Ich meine, der ganze Gedanke hinter dem integrativen Ansatz, der ist ja grundsätzlich mal schön. Und auch liberal, dass alle Menschen mal ein Level-Plain-Feel haben, also einfach gleiche Voraussetzungen und ein fairer Wettbewerb und das alles ist ja nicht falsch. Das ist ein liberaler Grundgedanke. Ich denke, da geht es eben wirklich um handfeste Sachen. Wie setzt man das in der Realität um? Wann braucht es ein Gutachten? Wann braucht es eine Abklärung? Und wie viel Bürokratie ist wirklich notwendig? Aber ich denke, da muss man wirklich vor Ort schauen, auch wirklich speziell auf das Schulsystem von den Kantonen abgestimmt hat. Wir haben noch ein nächstes Thema. Da wollen wir unseren Horizont auch ein bisschen erweitern. Wir gehen auf Österreich. Da hat es nämlich am Wochenende Wahlen gegeben, die doch relativ für viele Schlagzeile gesorgt haben. Was sind da die Einzelheiten? Ja, in den österreichischen Wahlen hat die freiheitliche Partei Österreich, der FPÖ, ist als deutlichen Wahlseiger hervorgegangen, nämlich mit 29,2%. Das ist ein Zuwachs von über 10%. Sie stehen damit auch deutlich vor der ÖVP, die derzeit den Kanzler stellt, und zwar den Karl Nehammer. Die haben nämlich nur 26,5% erreicht. Nachher kommen die SPÖ mit 21%, beziehungsweise die Neos, das sind die Liberalen mit 9% und die Grünen mit 8%. Das Problem für den FPÖ-Vorsitzenden, der jetzt eigentlich der Held von der Stunde wäre, das ist der Herbert Kickl. Es will niemand mit ihm zusammenarbeiten. Eben, du hast gesagt, der aktuelle Kanzler ist von der UVP und so wie ich das einschätze, wird wahrscheinlich der grüne Bundespräsident ihm als erstes den Auftrag geben für die Regierung. Das ist im österreichischen System nicht verboten. Also es ist nicht so, dass die Partei mit den meisten Sitz automatisch den Regierungsauftrag bekommt. Das hätte es schon gegeben, sogar in der österreichischen Geschichte, dass jemand, der nicht die meisten Stimmen hat, am Schluss aus der Regierung bilden durften. Wie findest du das aber ganz allgemein? Das ist ja schon Kippflogenheit, eigentlich das der, der uns da die Wahl gewonnen hat, den auch auf der Regierung gebildet. Oder so verstehe ich das eigentlich aus der Schweizer Perspektive ein bisschen. Was sagt dein Betrachterpunkt aus der Schweiz so dazu? Ja, das ist das, was man beim Nebelspalter eigentlich immer wieder besprechen. Wahlen müssen eigentlich Konsequenzen haben. Und so wie das jetzt gemacht wird, erinnert es, es ist nicht ganz so eine Brandmur nach deutschem Vorbild, das einfach FPÖ-kategorisch ausgeschlossen wird, aber es geht schon in die Richtung, es erinnert es schon ein bisschen an das. Und es ist einfach die Frage, wie demokratisch das ist, wenn man als klarer Wahlsieger hervorgeht und nachher nicht in die Regierung kann. Gut, ich finde, es hat schon etwas mit Demokratie zu tun, wenn der EU-Vorpi sagt, ja, doch, man arbeitet schon mit den FPÖ zusammen, aber vielleicht einfach nicht mit dem Kickl, das passt uns jetzt nicht. Ja, das stimmt. Ich meine, das kann man ja als Partei oder als potenzieller Koalitionspartner ja schon sagen, wir sind bereit zum Zusammenarbeiten, aber jetzt mit dem Typ, das gefällt das jetzt einfach nicht. Es ist ein bisschen speziell, wenn das natürlich der Anführer von dieser Partei ist, der auch die Wahl wirklich gewonnen hat. Wobei, ich habe eine Nachbetrachtung gesehen von einem österreichischen Korrespondenten, der gesagt hat, dass FPÖ-Wähler die Partei vor allem wegen den Inhalten gewählt hat und nicht per se wegen der Figur Kickl. Also dann könnte es ja durchaus vielleicht noch eine rechte Koalition geben vielleicht zwischen ÖVP und FPÖ. Oder wie siehst du das? Wer kommt da jetzt die Macht als nächstes? Ja, die ÖVP könnte natürlich jetzt auch statt mit der FPÖ mit der SPÖ zusammenschaffen. Sie hätten zusammen eine hochdeine Mehrheit, aber das würde natürlich immer voraussetzen, dass bei wichtigen Abstimmungen alle Parlamentarier anwesend sind, was nicht unbedingt immer der Fall ist. Was dort noch eine Möglichkeit wäre, ist, dass sie eine weitere Partei, zum Beispiel Neos oder die Grünen in die Regierung hineinnehmen, das bringt dann natürlich wieder die Schwierigkeit, dass man auf einen gemeinsamen Nenner muss kommen. Das geht mir jetzt auch bei den Ampeln in Deutschland. Was ich aber mehr entscheidend finde an dem Ganzen, ist, dass was Stefan Milius heute im Nebelspalter geschrieben hat, in seiner Medienkolumne, und zwar, wie das Ganze von den Medien aufgegriffen worden ist. Und er bemängelt da bei der österreichischen Presse, dass sie sich nicht mit einem Ergebnis an sich befassen, sondern einfach von einem Rechtsrutsch schreien und erzählen, dass die FPÖ die Demokratie abschaffen, das sei einfach nicht seriös Journalismus. Ja, und dazu muss man sagen, dass die FPÖ eine längere Tradition hat, als vielleicht gerade die AfD. Also die Partei gibt es schon seit den 50er Jahren, die war schon mehrmals an der Macht. in Österreich, also ich würde sagen, die lässt sich noch eher mit einer SVP vergleichen, als mit der AfD, wobei eben die regionalen Unterschiede sind immer da, also ich denke 1 zu 1 Vergleich lässt sich wahrscheinlich selten wirklich machen, aber ich würde sagen, die Partei hat schon bereits Regierungsverantwortung getragen, ich finde, da wieder ein Rätsel losgetreten gegen Rechtspopulismus, ist auch spannend, dass man eigentlich nie gehört, ob die Partei vielleicht linkspopulistisch ist, aber da gehört man nie, da gehört immer noch Rechtspopulismus. Ich finde, da müssen wir jetzt wirklich am allerersten Mal am Resultat bleiben und schauen, was heisst das für Österreich, was heisst das für Koalition. Die Sitzverteilung ist noch extremer als Prozentverteilung, also wenn ich jetzt mal die Sitz abliste, FPÖ hat 56 Sitz, UVP hat 52 Sitz und SPÖ hat 41 Sitz und die anderen 18 und 16 Sitz. Also die Verteilung UVP und FPÖ zusammen haben über 110 Sitz und die anderen zusammen kommen zu knapp auf 80 Sitz oder also meine Rechts-Links-Verteilung ist relativ klar, wer es da gewonnen hat im klassischen Spektrum. Ich bin grundsätzlich nicht so Fan von grossen Koalitionen. Ich finde, die funktionieren hier nicht so gut im Allgemeinen. Wir überleihen es den Österreichern, wie sie wollen, ihre neue Regierung zusammensetzen. Wir sind froh, haben wir hier einen direkten Einfluss auf unsere Regierungen. Wir werden uns verabschieden. Das ist es, von Bayern einfach heute am 30. September John Chappi und Janik Güttinger. Morgen geht es weiter mit Marco Somm und Dominik Fäusi. Merci fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das ist Bayern einfach gewesen, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.